und damit willkommen zu einer neuen aufnahme let's play iep und ja wir haben seit folge 62 wieder einen kurzen stopper drin gehabt der grund liegt daran dass mein laptop die festplatte kaputt war oder haupt sie war auf jeden fall sehr sehr langsam und das war natürlich dann dementsprechend schlecht und ja jetzt habe ich eine ssd drin 128 gb sowie windows 8 hier drauf und ja ich habe jetzt noch 67 gb frei von 117 die was insgesamt frei waren 10 gb schluck der adapter bzw 11 aber gut und ja mit der ssd lässt sich sehr sehr gut arbeiten und ja darum auch jetzt wieder eine neue anlage es tut mir leid aber die alte die waren mal wieder alle weg und ich mache dementsprechend immer keine sicherung weil ich das einfach nicht mache genau und darum sind jetzt mal keine videos noch gekommen eine woche und ja wir können wir bauen jetzt die anlage ich wollte nicht er wieder ganz von vorne anfangen mit let's play darum habe ich so ein bisschen selbst gebaut jetzt mal ohne musik weil die hat einen kleinen spinner irgendwie die musik und ja die wird dann im nächsten paar wieder dabei sein und genau wir machen jetzt hier an der anlage weiter ich führe ich mal kurz rum wir haben hier eine zweigleisige hauptstrecke sowie eine nebenbahn die in diesem bahnhof endet und die zweigleisige strecke geht auch hier dann geradeaus und die nebenbahn hier links weg hier bauen wir jetzt dann gleich mal weiter der radius hier ist ein bisschen zu stark würde ich sagen behaupten und wir bauen mit der gleis höhe 30 wie immer eigentlich und genau ja wie gesagt ich möchte hier so einen kleinen bahnhof machen mit bahnbetrieb möglichst die wolken verdunkeln das hier jetzt immer das mag ich gar nicht sonst was eigentlich genau und ja genau dann führen wir die strecke hier fort ich möchte den bahnhof mit schalten bauen und auch dann die anlage mit einer schönen großen stadt bauen was heißt groß so lange wie es halt geht die anlage ist das sehr groß ich kann sich mal kurz zeigen in der info zwei kilometer mal fünf kilometer weil ich hier erst was anderes waren wollte aber dann auch keine lust hatte und ja jetzt waren wir halt hier und man muss ja die anlage nicht komplett bauen wie man sieht das ist jetzt hier die einzige anlage zwar nur so ein kleiner test und genau kleinstadt heißt die anlage und ja dementsprechend werden wir hier jetzt nächsten folgen wochentage bauen und vorschläge sind natürlich willkommen bauvorschläge genau so heißt und ja von dem her möchte ich jetzt hier einfach mal bauen und ein bisschen erzählen dabei was wir so bauen wenn wir jetzt schon keine musik haben in der folge was mir natürlich leidtut aber geht halt nicht sonst also es würde schon gehen aber die musik die hängt immer irgendwie teilweise dann macht sie so und ja das liegt an ein internet browser der mag das irgendwie nicht mal schauen und das wie immer schon genau und ja heute habe ich wieder mit genau ich mit so ähm genau äh ja und ich habe auch die ganzen alten modelle noch nicht installiert weil wir im moment ja umbauen zu hause das haus eine wohnung ist frei geworden weil wie erwähnt ein familiental gestorben ist es war auch der grund weil eine weile keine videos gekommen sind äh das müsst ihr verstehen und zwar war noch bei folge 61 dort zwischen 61 und 62 der abstand da war das und ja jetzt bauen wir eine wohnung um wo ich jetzt auch gerade bin und ich finde jetzt mein usb stick nicht wo ich die ganzen free modelle und auch die modelle installiert habe die normalen ich habe die auch auf cd aber ja die installiere ich dann irgendwann die nächste wieder brauchen wir jetzt sowieso nicht solange wir die straßen wir können ja auch die normale straße verbauen zwischendurch und die später dann tauschen und das ganze kein problem wie gesagt bauvorschläge sind immer herzlich willkommen auf der anlage ja aber bis jetzt habe ich einige ideen und die werden wir auch nutzen so was gibt es neues in der welt heute ist herausgekommen dass angela merkel gestürzt ist beim skifahren im urlaub oder so und michael schumacher ja hat sich auch verletzt gut äh bin jetzt kein wintersportler oder so dass ich mir das anschaue von dem herr kenne ich den typen auch nicht so wirklich um ja es sind auch nur ein menschen und dass man jetzt so ein drama im fernsehen macht und er ist fuß Fußball hätte ich beinahe gesorgt äh bekanntes Skifahrer ja gut das ist jetzt äh wochen oder nicht wochen aber tagelang im radio laufen muss schön langsam auf senkel aber na gut es gibt wieder dislikes viel Spaß ja wenn euch ein video gefällt ich kann es nicht oft genug sagen auch wenn es schön langsam nervt freue ich mich sehr über einen einen like und ja ist so genau äh dann vor ich mich unter so wir können dann auch mal beginnen hier den Bahnhausvorplatz so ein bisschen zu bauen dann gleich als erstes möchte ich aber hier noch absenken das Bahnsteigende mal kurz speichern nicht das EP jetzt meint abzustürzen so äh ne das war falsch eher 10 hinzufügen dann passt es besser 10 20 oder jetzt aber so passt und ja dann äh bauen wir hier auf der Seite den Bahnhofsvorplatz und natürlich wir müssen noch Bahnsteigdächer darauf das ist kein Thema über die Bahnsteige das werden wir dann auch machen den nächsten und erstmal setzen wir hier Pflastersteine ja dann suchen wir uns mal ein schönes Bahnhofsgebäude hier raus das müssen wir wieder anders suchen jetzt müssen wir wieder anders suchen jetzt müssen wir wieder anders suchen von dem her von dem her sollte man mal irgendwie was dazu kaufen naja aber gut dann nehmen wir halt wieder äh äh nehmen wir mal aber der passt jetzt eigentlich nicht es soll ja eigentlich mehr was modernes werden die Bahnsteige können wir später noch tauschen wenn ich die äh Modelle installiert habe wenn wir die eventuell noch tauschen das werden wir sehen dann nehmen wir einfach mal Bahnhof Lauscher genau ist jetzt nur die Frage was jetzt hier hinten vorne ist nehmen wir mal an das gehört zum Bahnsteig könnte hinkommen bin mir jetzt aber auch nicht sicher da ist doch lieber mal nicht so naja aber ich jetzt ne das Bahnhofsgebäude passt mir gar nicht hier irgendwie zum Bahnsteig das ist kein richtiges Bahnhof Lauscher dann nehmen wir doch wieder den hier bleibt uns leider nichts anderes übrig im Moment mal sehen später eventuell was tauschen im Moment leider nicht was ja jetzt auch nicht schlimm sein sollte aber na gut ähm ja hier haben wir jetzt auch wieder die Rampe da passt der Bahnsteig wieder äh nicht so wirklich damit muss man aber jetzt leben denke ich mal dann schauen wir dass wir hier noch ein Gleis rein quetschen äh und dann passt es besser so nach links genau gleich die Link behalten dann dann ist das noch ein bisschen zu lang jetzt mal 50 mal 50 raus äh ja 40 mach mal 40 draus so so dann passen wir das wieder hier so ein bisschen an auch ein bisschen nach links noch schieben und hier machen wir noch ein Prellbocken die installierten von Roman habe ich im Moment leider nicht drauf sonst hätten wir die genommen äh ich glaube die gibt es jetzt auch nicht mehr zum Download äh ich weiß jetzt nicht muss ich dann mal schauen mal gucken ja dann bleibt doch unten ne jetzt passt es auf jetzt muss er rauf so dürfte es passen so äh das Gleis ist jetzt noch zu hoch lässt sich aber beheben auf 30 absenken und ja jo dann braucht man hier noch ein bisschen Schotter und dann werden wir das Gleis anschließen zu den anderen hier so irgendwo rein so so ist jetzt noch zu hoch hier habe ich wieder so eine Stelle gefunden wo wieder so ein kleines drin ist was man nicht brauchen das das löschen wir natürlich raus das passt jetzt von der Höhe und dann verbinden wir die mal schnell genau so 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 und ja das jetzt nicht zu langweilig wird ohne Musik beende ich diese Folge mal hier so 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 so